hallo und willkommen zurück zu planet coaster ja lang lang ist ja schon lang nichts mehr hochgeladen gehabt ja wir sind jetzt hier stehen geblieben bei gut gali miss molly da musste ich leider noch mal neu anfangen weil ich habe mich da irgendwie komplett verbaut ich habe hier angefangen zu bauen und da habe ich nur miese gemacht weil die müssen erstmal kilometerstrecke laufen und ja das ging gar nicht und jetzt habe ich gleich hier am anfang mal ein bisschen was gebaut da läuft es auch ganz gut oder schon ganz voll und wir machen auf jeden fall plus und ich habe auch kein kredit glaube ich jetzt die zufriedenheit ist runter muss man gerade gucken da lehnen da lehnen habe ich keine gut deswegen läuft es auch momentan gut wir machen auf jeden fall plus gucken jetzt erstmal was wir die ganzen fahrgeschäfte machen da müssen wir noch ein bisschen sparen ja so wir haben ja auch üblich erstmal noch gebaut was zu essen was zu trinken toilette einmal so ein greifarm und dann bin ich hier runter gegangen personal gemacht und die zwei attraktion hier noch das geht auch ganz gut so jetzt bleiben wir bei 2,2 irgendwie hängen da müssen wir mal gucken dass wir da noch ein bisschen mehr rein kriegen wir mal ein bisschen schneller so das dürfte reichen noch mal kurz ein stopp müssen doch weitermachen reicht noch nicht ganz 2,44 jetzt dann machen wir hier den eingang machen wir hier eine längere strecke und hier war man ausgang hier könnte man vielleicht eventuell auch noch mit dings arbeiten ja jetzt premium pass oh ich habe gar keine kohle mehr dann kann man hier einen premium pass machen jetzt müssen wir mal ein bisschen sparen wir müssen ja noch die wege machen und alles so dann gucken wir mal wegen den wegen ticketpreis tun wir gleich mal erhöhen auf den 10er so dann kommen die wege zack machen wir mal so so dann brauchen wir hier noch einen weg zack zack gut dann gucken wir mal wegen dem premium pass aktivieren den eingang machen wir hier und hier machen wir da hin genau zack so dann können wir das gleich mal aufmachen dann haben wir wieder eine neue attraktion dann machen wir noch ein bisschen ja ich mache momentan nichts groß für die parkbewertung weil ich wollte erstmal gucken ob ich ein bisschen geld rankriege also zu Szenerien habe ich jetzt momentan gar nichts ich stelle mal gerade noch einen hausi ein so guck mal da kommen schon die ersten ich guck mal gleich was die ganzen leute noch brauchen wo sie noch nicht zufrieden sind so was für mülltonne hat man dann die hier ne und dann machen wir noch hier noch eine parkbank hin zack gut da hatten wir essen und trinken Toiletten sind halt ganz oben da müssen wir gucken dass wir vielleicht hier auch noch mal eine toilette hin machen aber das machen wir erst später wir gucken jetzt erstmal wie es hier anläuft gut momentliche gewinnen sind wir bald bei 3000 was haben wir noch parkbewertung von 449 gut gut halte zwei moment lang einen ordentlichen profit von 6000 das dauert dann noch ja und dann kommt zum schluss das schwierigste da brauchen wir wahrscheinlich ganz schön viel kohle für die achterbahn deswegen habe ich hier erstmal platz gelassen ich hoffe das wird reichen weil wir müssen ja einmal komplett hier eine achterbahn machen wo es komplett runter geht das wird nochmal lustig muss ich nur gucken dass ich es vielleicht hier oben drüber mache so eine kurve dann mache ich hier so ein gefälle ich hoffe dass es dann hier durch passt müsste eigentlich und dann ja kriegen wir schon irgendwie hin so jetzt müssen wir erstmal gucken ähm was wollen denn die Leute hier es gäbe mehr Fahrgeschäfte ich habe doch gerade einen hingebaut ja mit der Wartezeit ist ein bisschen blöd kann man nichts machen ich habe Durst okay sieht es voll aus habe ich Durst natürlich die Warteschlange hat ja kein Ende genommen okay ja kannst du da nichts machen mit der Warteschlange erstmal ähm wir könnten hier nochmal ähm ich muss doch gerade gucken Greifautomat brauchen wir nicht Toilette könnten wir hier hin machen und dann vielleicht so ein Doppelhaus wo man Essen und Trinken rein machen kann natürlich will es mir hier auch noch ein bisschen was erhöhen so ähm das muss ich gerade mal gucken welcher waren das nochmal wo zwei drinnen waren was ist das hier nein da ist nur einer drinnen oder ist es hier jetzt nicht dabei ist auch nur einer drinnen aber kann man da nicht schon einen zweiten rein machen ja aber da reicht die Kohle auch nicht für hm oder ist es jetzt hier nicht dabei das ist auch nur einer ne das ist auch nur einer ne das ist auch nur einer das blöd ach welcher war denn das wenn ich das wüsste oh Energy das kommt glaube ich auch immer gut dann machen wir lieber ein Energy Energy noch hierher und dann ja müssen wir gucken dann müssen wir halt Tiki Shii Tiki Shii das ist alles Tiki Shii aber wie blöd ist denn das geht ja gar nicht ähh ähhhhh 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 30 Tage gut dann lassen wir das noch auf und dann machen wir hier einen Bürgerladen noch hin ähhhhh gut normalerweise müssten wir jetzt eigentlich kassieren ähhhhh 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 haben wir eigentlich einen Security warte mal hmhmhm Marketing Marketing brauchen wir jetzt erstmal nicht weil momentan läuft es ja gut ähhhhh ähhhhh Sicherheitsdienst haben wir gar nicht oh wir haben auch gar kein Techniker okay warte mal dann machen wir das ohhhhhh jetzt müssen wir ein bisschen Gas geben hier bevor da was noch kaputt geht noch ähhhhh ähhhhh das Personalgebäude tun wir mal ein bisschen erhöhen auf 6 jup ok dann machen wir mhm den Gulpurex hier sack und mit Sicherheitsdienst zack und ein Techniker der kann ja hier ein bisschen rumlaufen das reicht aber erstmal weil sonst haben wir zu viele Ausgaben wieder weil ich hatte jetzt eigentlich nicht vor einen Kredit zu holen so so wie viel Platz haben wir hier unten noch da können wir noch zwei Attraktionen mindestens hin machen ansonsten können wir hier oben weiter bauen mhm ja diesen Platz wie gesagt wurde ich hier lassen für die Achterbahn ja gut befüllt ne würde ich sagen 693 Leute sind gerade drinnen und wir machen auch langsam gut Kohle ähm ein bisschen Szenerie reinklatschen oder so ein bisschen noch was aussieht hier auch mal Parkbüche können wir ja auch hin machen zack hier noch einer So machen wir da oben noch ein bisschen Szenerie rein und dann lassen wir es erstmal ein bisschen laufen Ja, das wird zu groß sein wieder Ecken-Deko So, ja, das läuft doch, guck mal, da sind ja gleich schon wieder über 1000 Trotz, dass wir gerade am Forschen sind auch Ich bin auch gerade am überlegen, ob wir noch ein Fahrgeschäft forschen Aber ich glaube, die sind auch nicht allzu teuer Was? Teacups ist billig? Oh, noch einen Moment Aber wenn es billig ist, dann können wir ja noch 50 Cent raufgehen Boah, das ist gut besucht hier Hier läuft es auch, aber einen Pass holen sie sich hier noch nicht Ja, okay Wegen dem Pass, das ist halt auch immer so eine Sache Weil Die holen sich nur Pässe, wenn die meisten sowas anbieten Das habe ich hier halt noch nirgendwo gemacht Ist auch hier gerade ein bisschen schwierig Muss ich sagen Ich kann ja mal gucken Hier würde ich es vielleicht noch reinquetschen können Lass mal grad gucken Premium Pass aktivieren Äh, ne Dann mal das hier und Kriegen wir das hier reingeswitcht? Natürlich nicht So Ist so ein bisschen kürzer Was ist denn los jetzt mit Teacups? Ist das jetzt wieder zu teuer oder was? Können wir es auch ein bisschen schneller machen Ah ne, da geht noch welche rein Scheint zu gehen Ne, das werden wir hier wahrscheinlich nicht hinkriegen, oder? Testen das gerade mal Ne Das geht leider nicht Schade Okay Ähm Wo wollte ich noch testen? Ja gut, das läuft auch an Gut Äh Wo kriegen wir das noch unter? Das wird hier schwierig Hier könnte man es vielleicht noch rein kriegen Mh 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 Die Ah, hier geht es gar nicht Oh, blöd Geht erst hier, okay Ah, das ist ja blöd Jetzt gehen sie alle raus Äh, hier Wo ist mein ganzes Geld hin? Äh, wo ist mein ganzes Geld hin? Oh nö Oh nö Öffne nicht möglich Mist Komm, macht ein bisschen Kohle Jo, jetzt geht es wieder Mein Forschungsprojekt ist fertig So Müsste eigentlich funktionieren Ich hoffe nur Dass es mit der Kohle gerade noch reicht Ja, locker Weil dann können wir nämlich gleich aufmachen So Zack Vielleicht kriegen wir dann auch wieder Vielleicht kriegen wir dann auch diesmal ein paar Premium Pässe Das wäre nicht schlecht Weil drei haben wir ja jetzt mit Premium Pass Gut Ähm Ähm Eine Forschung war fertig Anzeigen Danke So Gucken wir mal was das kostet Das gute Stück Können wir gleich mal hinsetzen Dann haben wir hier unten auch schön was zu essen Zack Ähm Was ist das? Warum ist die Strasse weg? Äh Hallo Warum geht die Strasse da weg? Machen wir es halt so Gut Überall Müll Ich glaube ich brauche noch ein Hausy Obwohl Dann machen wir hier unten auch eine Bank hin Und dann ist es erstmal gut Okay Dann würde ich sagen Mache ich jetzt noch offline ein bisschen weiter Und dann sehen wir uns Kurz vor Schluss wieder hier Bei Good Gully Miss Mully Bis dahin Ciao Ciao